Ah, Ransom Broker. 1120. Ja, wir nehmen diesen Deal an. Schauen wir mal. Der hier kann uns was beibringen. Das ist gut. Mal schauen, wenn er noch da ist. Vielleicht hat er nochmal was für uns. Nö, schade. Ja, wir könnten hier eigentlich mal einen Betrieb aufsetzen. Der Waffenschmied, den suchen wir nicht. Das ist der Guildmaster. Schauen wir mal. Eisenwert 390. 575. Ja. Das nehmen wir. Dann schauen wir mal, wie viel Geld wir noch haben. 5564. Das reicht leider nicht. Aber wir können ja mal kurz hier vorbeischauen. Wir brauchen was zu essen. Und zwar Fisch und... Das ist reichlich wenig. Würde aber sehr viel Schaden machen. Aber gut. Wurfwaffen sind eh nicht meins. Gibt's hier irgendwo Pfeile, Pfeile, Pfeile. 34, aber nur plus 1. Wir haben 34 und plus 3. Nö, nö. Achso. Was wir eigentlich auch mal machen könnten, das machen wir ja relativ selten. Turniere. Uxal und Raverdin. Ja, ich hätte gern ein Turnier. Und ich würde sagen, wir reisen dazu mal nach... Oh, nach Uxal. Das ist doch gar nicht übel. Wir haben schon einige Städte hier. 6026 haben wir jetzt bekommen. Das ist nicht übel. Damit können wir eigentlich direkt schon wieder unseren nächsten Betrieb aufsetzen. Aber das muss noch ein bisschen warten. Wir haben hier ein Turnier. So, und wenn ich mich richtig erinnere, war das hier alles auf dem Pferd in Uxal. Ja, das war nicht so geplant, aber gut. Jetzt rockelt es aber ganz schön. Das ist übrigens ein interessantes Phänomen. Das Ruckeln, das kommt nämlich von Fraps. Und zwar, weil ich auf die gleiche Platte aufnehme, auf der ich auch spiele. Sollte man eigentlich nicht machen, aber... Massen-Schlacht. Massen-Schlacht. Wir gehen noch mal ein bisschen aus der Ecke. Au. Das war meiner... Das war meiner. Haha. Wunderbar. Nächste Runde. Wieder 2 gegen 2. Und ich habe... Ja. Das nette Zweihandschwert. Ach guck. Das Zweihandschwert ist eine meiner absoluten Lieblingswaffen. Also, im Spiel natürlich. Ich hatte tatsächlich noch nie ein Schwert in der Hand. Wer hätte das gedacht? Ich hatte überhaupt noch nie eine Waffe in der Hand. So. Hold on. Oh. Oh. Haha. So, schauen wir mal, wer ist... Oh, kein Named, außer mir ist noch dabei. Das macht aber nichts. Wo ist mein Gegner? Oh, hinter mir. Ach komm. Treff doch mal. Nicht das Pferd. Oh, jetzt komm schon. Regular Fighter Noct unconsciousness. Unconscious, natürlich. So, und das ist der letzte Gegner. Ach komm, da müssen wir noch mal einen richtig schönen Treffer landen. Aha. So, das wäre erledigt. Dann kaufen wir uns hier mal noch was zu essen. Ein paar Oliven. Dieses widerliche, ölige Zeug. Moment, lasst mich mal rauszoomen. Wir reisen mal nach Halma. Oh, Batsche ist Level 13. Ja, leveln wir dich mal auf. Und Batsche bekommt... Einen Punkt auf Intelligenz. Und ich denke, ich werde ihn auch zu unserem Taktiker machen. Für Trainer brauchte man Beweglichkeit, oder? Nee. Auch Intelligenz? Okay, auch Intelligenz. Ähm... 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 So... Und dann sind wir in... Achso, halt, Quatsch. Da haben wir doch gerade erst unseren Betrieb aufgesetzt. Man... Wir gehen nach Nara. Hm... Hm... Ah ja, ich hasse es, dass man immer hier die Guildmaster suchen muss. Das ist ein bisschen nervig. Ist ja das da oben, ach komm, da muss ich jetzt auch noch absteigen. Ja, das ist er. Billion Noyan, okay. Der mag mich halt nicht. Okay, schauen wir mal, ob wir den finden. Für den müssen wir dann eine Mission erledigen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das ist. Da wollte ich dich hin, da wollte ich hin, nein, da wollte ich auch nicht hin. Ich wollte doch hier hin. Okay, der ist ganz da hinten irgendwo. Schau mal, da ist ja einer. Fragen wir mal den. Ich will wissen, wo Billion ist. Uslum. Wo ist denn Uslum schon wieder? Uslum, Uslum, Uslum. Uslum, 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 Uslum. Ne, das sind alles Weigir. Und ich nehme mal an, die können mir nicht sagen, wo ich den finde. Oder? Nein, 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 nein. Die wissen das nicht, schade. Oder? Schauen wir mal, vielleicht müssen wir hier ein bisschen einkaufen. So. Also hier ist er nirgends. Ne, ich will doch wissen. Halt, glaub doch. Mal schauen, vielleicht weiß der, wo sein Freund ist. Ich will wissen, wo Belia ist. Hanun. Okay. Wo ist Hanun? Schon wieder. Da hinten. Aha. Der will da rumreiten. Dann reiten wir ihm hier mal entgegen. Da ist er. Hmm. 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 Wir probieren es. Und zwar kämpfen wir uns raus. So, wo müssen wir hin? Das ist ein ganzes Stück. Aber wir müssen es probieren. Das ist ein ganzes Stück. Dann reden wir erstmal mit dem. So, vielen Dank. Ein bisschen Bestechung und schon sind wir drin. So funktioniert das doch ganz gut. Ziemlich leer. Ich habe doch den Schlüssel, oder? Das ist komisch. Wie kriege ich denn dazu, dass er mir seinen Schlüssel gibt? Oh, jetzt geht's ab. So. So. Mal schauen. Komme ich da jetzt rein? Jawohl. 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 Und schauen wir mal, ob ich ihn jetzt befreien kann. Jawohl. So. 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 So.